Hi, wir bringen Licht ins Dunkel. Heute unsere multifunktionale LED-Lampe. Als erstes ein Spot mit 200 Lumen, wo ich das Licht im wahrsten Sinne des Wortes auf den Punkt bringen kann. Als zweites eine 360 Grad Leuchte, wo ich den kompletten Arbeitsraum ausleuchten kann. Diese Leuchte ist auch dimmbar, wie man das hier sehr schön sieht. Und der dritte Clou bei der Lampe, 90 Grad abwinkelbar. An Stellen, wo ich ganz schlecht rankomme, kann ich das Licht trotzdem auf den Punkt bringen. Das alles in einem sehr schönen, schicken und robusten Alugehäuse. Wir haben einen Taschen- oder Gürtelclip, wir haben einen Magneten, wir haben ein USB-C Ladegerät zum Aufladen. Der Lampe, Schutzgrad IP65, das heißt Staub und Strahlwasser geschützt. Und die Maße, die gibt es in zwei Versionen. Wir haben diese größere Lampe, Durchmesser 26 Millimeter, Länge 220 Millimeter mit 425 Lumen. Eine kleinere Version, Durchmesser 19 Millimeter, Länge 190 Millimeter mit 275 Lumen. Fragt euren Franchise-Partner nach dieser schicken Lampe. 54ipotisch Sieg 2 3